Ein ganz herzliches Hallo zum X-Tipp-Spieltagstipp mit Philipp Schümann vom Heidgrabener SV und wir beide tippen den 28. Spieltag der Kreisliga 8. Erstes Spiel, da empfängt Irgendbüttel 3 Germania 2 zu Hause. Was tippst du in dem Spielheimsieg? Da tippe ich auf einen Auswärtssieg. 3 zu 1 für Germania tippe ich. Ich denke mal, dass Michi Bärchen seine Elfter Top aufs Spiel vorbereiten wird und da mit drei Punkten vom Feld geht. Ok, zweites Spiel, Ranzau gegen den SV Leed. Was hast du da gegen Leed? Habt ihr auch vor einigen Wochen gespielt? Ja, es ist auf jeden Fall ein starkes Team. Die haben uns über 90 Minuten alles abverlangt. Wir haben dann am Ende knapp gewonnen, 2 zu 1 und da tippe ich mal 1 zu 4 für Leed. Nächstes Spiel, Genschler gegen den 1. FC Quickborn. Was wird das für ein Spiel? Quickborn ist ja auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet, oben mit dabei, ne? Ja, also da denke ich auch, wird auf jeden Fall wieder ein Auswärtssieg. Steven Schönfeld ist da ja vorne ganz mit dabei als auch Top-Torjäger und ich denke mal zwei bis drei Buden macht er auch wieder. Und ja, deswegen sage ich 3-0. Auswärtssieg dann auch für Quickborn. Nächste Partie, da empfängt der Kummerfelder SV Mohrrege. Was sagst du da? Ja, das wird denke ich mal ein 2-0 für Kummerfeld. Die sind ja auch oben mit dabei und ja, die dürfen sich jetzt natürlich auch keine Fehler mehr erlauben. Machen sie glaube ich auch nicht und deswegen 2-0. Okay, dann Heimsieg für Kummerfeld. Dann wird es ganz eng da oben, ne? Auf euch kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Nächstes Spiel, Hemdingen gegen den Hedlinger MTV. Ja, also das denke ich mal wird ein 2-2. Die stehen glaube ich beide ziemlich im Mittelfeld der Tabelle und ja, können eigentlich beide nichts mehr erreichen. Deswegen unentschieden. Okay, Punkteteilung in dem Spiel. Und last but not least dann euer Verein Heidgraben. Ihr spielt auswärts beim TUS Holstein. Ja, gewinnt ihr? Und wie viele Tore machst du eigentlich? Tore mache ich glaube ich zwei. Und ja, ich denke mal insgesamt wäre das ein 1-4 für uns. Alter. Wer macht denn dann die anderen zwei Tore? Ja, Dennis bestimmt und ich weiß nicht, Fabian Döll war eigentlich auch mal wieder dran. Okay, läuft bei euch Philipp, ne? Alles klar, dankeschön.